Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Private Waro. Yo wir werden wieder DS-Farman und jointed. Wir werden so viele DS-Farman. Ja DS-Man wirklich, oder? Sack! Ich muss einen. Ich bin gerade jointed. Achso, ey! Er macht das immer ohne Quarant an. Sonst fühl ich mich immer sehr da mit. Wow. Ui. Das ist weg. Jo. Wir müssen so einen ASMR-Waro-Knall machen. Ah. ASMR-Waro. Oh, okay. Mal das. Das wäre was. Das wäre was. Oh. Yo. Oh. Was ist los? Gold. Yeah! Alles Gold. Nein, 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 nein. Du bist so klein. Wir müssen wieder in der Höhle nehmen uns. Das ist so klein. Das ist so klein. Das ist so klein. Ich finde mehr auf die Downwind. Ein Zombie. Oh mein Gott. Hast du ein Diener für mich? Ja. Kannst du den Diener nehmen? Ja. Aber ich bin hier oben auf der Schuhe. Jetzt muss ich noch kurz warten mit dem Typ. Komm, wer du da bist, bitte. Das ist ein Mini-Lava-Seder und einer ist in der Nähe. Ich fühle sie genau bei mir. Yay, sie ist kaputt. Oh, es baut jetzt viel langsamer ab. Du sagst, dass du willst nicht enchanten? Ich hab zum Beispiel meine Iron PZP erst auf Unbreak. Das ist halt so krass, ey. Kannst du auch noch auf Unbreak machen? Ja. Entschuldigung. Gut angefangen. Ich hab jetzt vier, ich hab' zu euch fertig. Ja. Ja. Ich könnte jetzt zwei Shop-3 machen, die 1 geben oder Shop-4. Ich weiß nicht, was das besser wäre. Hast du schon Shop-1 hier? Ah, 6-0, ja. Boah. Aber ich kann das craften. Ah, okay. Ich hätte schon Shop-2. Warte mal, hast du alles liegen lassen? Hast du alles mitgekommen? Ja, ich hab' alles bekommen. So, du darfst jetzt einfach hier in die Rand. Ja, aber die Höhle war interessant. Welche? Die Oberwunster, aber ich find's nicht an. Und der Enderman eben. Ich hör ja, ich hör' den Zombie. Zombie und Enderman, ja. Enderman höch' ich nicht, aber Zombie höch' ich auf jeden Fall. Gefühlt hab' ich gerade einen Slime-Cat. Ich saue da. Das wird so, muss ich wieder gehen. Ja, moin. Er ist gefühlt genau neben mir. Ah, wahrscheinlich hätte er da oben drauf. Du spielst Minecraft, das ist ja der Beta, ne? Tch, der Alpha. So ein Alpha? Ja! Scheiße. Ich hab' immer angefangen. Ja, da, er hat eine Blume in der Hand. Oh. Boah. Hat er was getropped? Oh mein Gott. Wo bist du denn noch? Warte mal. Oh mein Gott. Hä, boah dich mal zu mir? Ähm. Du bist unter mir. Oh mein Gott. Müssen wir die Hölle überhaupt abgehen? Das ist gefühlt. Gefühlt war da nämlich auch schon wer. Gefühlt war da nämlich auch schon wer. Oh mein Gott. Lass uns... Oh. Lass uns dann einfach irgendwie runterfahren. Hör elf. Da hat irgendwer schon graben auf jeden Fall. Wie die behaupten. Ja, muss schauen. Lass uns dann wieder runtergehen. Jo. Woran das jetzt? Da. Ihr weiß. Das Spiel ist in deinem Team. Achso, ich kann den jetzt schlagen. Oha. So, dann lass den jetzt ja runterfahren. Ähm. Zu dir schon entchanten, weil du 19 level hat. Oh ja, auf jeden Fall dann. Ja, stamm auf. Ähm. So. 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 Moors wegwerfen. Dein Cut will man nicht brauchen. So. So. So, ich hab 3 dir. So. 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 Okay. Oh. So. So. Dann haben wir alles in die Öffnung rein Wollen wir noch was? Hey, hallo, ich hab noch... Wollen wir noch mal ein Workbench? Alles klar Ich mach mal nur A, die erschwert Oh ja Schap 1 Über Schap 2 Oha Schap 2? Ja Nice Bist du auf der richtigen Höhe? Ich bin auf der Höhe 11 Okay Ah, ich hab Dias Ja, Moin Nice Ich bin Lava, ich bin Lava Oh mein Gott, Alter Oh mein Gott, Raub Oh, ich liebe Oh, ich liebe Oh Ja, es sitzt auf in der Lava Ey, ich sch... Ey, ich traue es auf dem... Lava, aber ich bin einfach Lava gestorben Mit Creeper aber, muss man sagen Ja, mit Creeper Sollte, wo ich dann Revive bin Aber sonst haben wir noch gestorben Trotzdem gestorben, hä Guck Ich hab deshalb schon zwei aller Wasser Q Remind da Einer für mich hier und einer für dich Wahrscheinlich Okay, ich hab 4 Dias, aber... Wie viele Dias hast du? Ähm... Ahn Okay, da haben wir 5 Dias... Können wir die Schuhe oder... Das ist ein Witch Ja, da steht hin Ja, da steht hin Ja, ja, der hat nichts gejuckt, Alter Die haben halt alles hinten liegen gelassen Und das müssen wir halt Ja Boah Boah, hier ist richtig fetter Lava, ey Guck mal hier, komm mal ran Ja, warte, hebt er noch gut Boah Loik Das Bauts Das Skelett mit Lederrüstung entzauert Boah Boah Brauchen wir Gravel für Pfeile oder lieber mal nicht? Äh, Gravel kannst du echt schön mitnehmen Schäme nicht Hehehe Hey, da ist ein Witch Ja, schon mal Kannst du irgendwas gutes droppen eigentlich? Äh, ja, die kann Pods droppen, lieber Das ist das einzige was... Da hinten ein Witch gewesen Das ist eigentlich das einzige was die... Droppen kann Bist du entlanglaufen aber, oder? Ja Ja, mein Abliss Ja Hier ist ein Shripper Okay Der ist echt riesig Ja Ja Vielleicht ist es anders bis zu weit, okay Oh Oh Meine Spitze ist kaputt Das ist kaputt Boge Oha Haut die Pfosten in die Lava Ja 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 Ich hab' den Lederbusten Ja Ich hab' den Lederbusten Ich hab' den Lederbusten Ich hab' den Lederbusten Ja 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 Ich hab' den Lederbusten Ich hab' den Lederbusten Ich hab' den Lederbusten Brauchen wir gerne einen Powder Na Wenn wir mal den Fall machen wollen, klar Wir können die Fall nicht hochlegen Die schneiden wir einfach raus, ey Ja Ja Wieso haust'n du den Enchunter den Spitzhacken weg? Achso, ne, weil die gleich leer werden Achso, okay Also gleich, äh Kurt fahren Ey, moin Kannst du mal kurz Enchant auf, ähm, der Arm Ja, der Boge, der macht mich grad Ich baust'n daher, okay Okay Wo Beides, gell? Ähm, ne, mach ich halt nur Enchant, äh, Amboss Nur Amboss? Ja Ich weiß nicht, was So Hast du die ganze Höhle da schon? Na Äh, ne, nicht alles Ah, ich bräuchte jetzt noch 5 Level Ich hab 19 Level Dann könnte ich mir Actually, äh Äh Wens mal Ein, äh Ich hab hier Ich hab 19 Level also Nee, das sind, du brauchst die Level für mich selber Ah, hier ist noch ein bisschen Code Ah, hier ist gut, komm Hier noch eine Minute Hast du das auch mit Moog, oder? Ja, hab ich Ich hab das Ich hab das Hier ist Gold Okay Jetzt will ich noch Öfen aufstehen bevor wir leften Oh Ja, können wir machen Okay, ich hab meine Seeleve Ich hab das Komm Oh Schaff hier Nice Oh Nice Nice Jetzt Raugo Gönnt ihr mal Nice Ich bin jetzt schon schafft Er ist echt gut Ich hab noch 5 dir aus Ne ich hab noch 4 Wie findest du? 1 Ja Dann brech ich die Sache mal ab Dann muss ich uns da einfach einbauen Ja eben da Moin Hallo Boah ich bin zirka Die 12 Sekunden Ok du hast gleich gekickt Ich werd auch noch gleich gekickt Dann sag ich mal so ne Scha4 Scha4 da gehört dir Ja Jawohl Ich hab schon 2 Ja Ich hab keine Ahnung mit dir angefunden glaube ich Echt? Ich glaub nicht Ja ich glaub nicht Danke fürs Zuschauen Falls euch die Folge gefallen hat Gebt einen Daumen nach oben Falls nicht dann nicht Und bis zum nächsten Mal Tschüss Bis nach Tschüss Bye 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 Byeu Bye Schwti Bye 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 Ну Bye 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 Bye